Bangerang Brudis und Schwesties, mein Name ist Georgi, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Let's Play. Heute ein ganz besonderes, wer mich kennt weiß, ich bin ein riesiger Halo Fan, seit Tag 1 und jetzt ist es endlich soweit. Wir können den Multiplayer vom neuen Halo Infinite ausprobieren, das ist die Beta, die gibt es jetzt zum Runterladen, auf Steam ist sie verfügbar. Leute, ich habe richtig Bock, ich hoffe ihr auch Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr die ganze Sache mit einem Daumen unterstützt Und ein Abo rausknallt, damit ihr in Zukunft auch nichts weiter mehr verpasst Leute, wir gehen rein Oh, Baby Oh, geil, wie das Team vorgestellt wird Oh, mit E-Mode anscheinend, eh Erzielt mehr Abschüsse als der Gegner und holt euch den Sieg So Oh Granat, ich gehe da raus Oh, puller Ah, shit Ah, shit, bruder Den hätten wir beinahe gehabt, Diggi Ich sag, wie es ist Ich glaube, wir müssen mal kurz auf den Wiesbaden warten Die Map finde ich schon mal geil Was ich bis jetzt hier gesehen habe Oh, shit Da muss ich weg Da muss ich weg Den haben wir uns gesnackt Ah, Bruder Wie schlägt man denn hier nochmal? Oh, nein Das wird mein Ende sein Doch nicht Boah, spielt sie aber auch sehr schön flott, ne Ich hatte Angst Es spielt sich ein bisschen statisch Wie man es von den alten Halo-Teilen halt kennt Die sind halt auch in die Jahre ein bisschen gekommen, ne Aber es spielt sich wirklich richtig schön flott Flüssig Uh, Bruder, die hat aber gesessen Die habe ich noch weggeköpft, Bruder Schild wieder geladen Aha Den haben wir uns geholt Super Schild in Vorbereitung Nicht mehr viel Munition übrig, Spartan Ah, nicht mehr viel Munitionsparten Ausrüstung aufgenommen Super Schild verfügbar Mit E kann man die aufheben hier? Okay Oh, dann nehmen wir lieber die nochmal Oh, shit Weil wir probieren mal ein paar Waffen aus, ne Boah, sag ich dir gleich Sag ich dir gleich, wie es ist Die fühle ich nicht so Aber wir checken sie mal, ne Wir checken sie mal Was gibt es denn hier noch Schönes? Ich werde dieser Waffe nie Also die Waffe hier, die fühlt sich wirklich schon mal richtig gut an Hamba, 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 Bruder, Hamba Granate auf G Oh, was haben wir hier? Leute, die sind einfach Oh, okay Was ist denn das hier? Ah, okay, einzig Schuss Schauen wir mal, wie die so Wie die sich so macht Ich finde die Größe der Map auch gut Ist nicht zu groß Man ist nicht zu weit auseinander Oh, fuck Oh, Bruder Nein, nein, nein Ich muss nachladen, ich muss nachladen Super Schild verfügbar Was ist denn das Super Schild? Schildet das Super, oder was? Ist denn hier? So, wir mal gucken Und jetzt da hinten Nein, er hat mich noch gekriegt Nein, er hat mich noch gekriegt Jawohl Ja, den haben wir Wir sind nur noch auf die anderen Maps gespannt Und sowas Und was noch so an Waffen geben wird Schild wieder voll Ah, Bruder Den haben wir Will Schild laden Super Schild ist in Vorbereitung gegeben Den haben wir abgestaubt Super Schild verfügbar Schnell, schnell, schnell Regeneriere die So, was haben wir hier? Was ist denn? Ah, okay Jetzt verstehe ich das Wir haben nur ein paar Was ist das hier? Uh, Bruder Du hattest keine Chance Dei, Diggi So Das ist dieses Super Schild, ne? Auf Q aktiviert man das Keine Chance, Mann Sieg steht kurz bevor Bruder Da musste ein bisschen früher aufstehen Noch fünf Minuten Oh Der wollte mich schlagen Der Halluke Der wollte mich schlagen Aber damit haben wir gerechnet, Brudi Vorsicht, die geht dann hier Schöner Assist Die sind doch bestimmt hier irgendwo, oder? Ja Den haben wir, den haben wir Super Schild in Vorbereitung Super Schild ist in Vorbereitung, okay Oh, da ist aber einiges hier Oh, den können wir nicht mehr nehmen Den können wir nicht mehr nehmen Dann müssen wir weg Super Schild verfügbar Unter Beschuss Easy, Bruder Easy Nice, Jungs Schönes Ding Schönes Ding Leute, das wird eine ganz vielversprechende Nummer Ich sag's euch Richtig episch Richtig episch Macht mir richtig Bock Jetzt schon Suchtfaktor Auf jeden Fall Wow Da hab ich Bock drauf Oh, Junge Den checken wir im Stream aus Den checken wir im Stream aus Leute Wenn euch das Video gefallen hat Lasst gerne ein Abo da Wir werden jetzt auch in Zukunft öfter mal Halo streamen Wir streamen ja auch übrigens auf YouTube Also Wenn ihr aber Bock drauf habt Lasst gerne ein Abo da Wenn euch das Video gefallen hat, Leute Haut einen Daumen raus Lasst es mich gerne wissen Ich bedanke mich für die Zeit, die ihr mir geopfert habt Leute Ich küss euer Herz Wir sehen uns beim nächsten Mal Danke fürs Einschalten Kuss geht raus Ciao